Mein Badezimmerspiegel ist mir zum tausendsten Mal runtergefallen und langsam sieht das alles nicht mehr so geil aus. Und deswegen dachte ich mir, ich flick den, aber mach dann auch nochmal was Cooles draus, damit der nicht mehr so scheiße aussieht. Deswegen habe ich mit Heißkleber so kleine Riffelringel-Dinger überall dran rum gemalt, also überall hin. Und dann habe ich das erstmal mit Weiß grundiert, alles schön schickilaggig vollgeballert. Und dann habe ich das alles neon pink angemalt, Beste Leben. Und dann habe ich noch so orangene Metallic Highlights gesetzt. Und am Ende habe ich dann noch so einen Klarlack, Glanzlack genommen und das alles damit voll geschmiert. Und genau, das war nochmal das Vorher und das hier ist das super tolle Endergebnis. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Also jetzt sieht das auf jeden Fall wieder nach was aus und ist nicht mehr so ein richtiges Schrott-Ding, wie es davor war. Beste Leben, ciao!